Musik 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 Boop boop! Ha, ok! Bummasselöffn Gute alte Art Ich habe mir jetzt mal den Trailer zum neuen Syndicate angeschaut, zu dem Syndicate-Remake. Als das Einzige, was mir im Remake gefallen hat, war eigentlich die Musik. Das Spiel sah eher wie ein gut gemeinter, aber schlecht gemachter Billig-Shooter aus. Also, einer von der Sorte, der auch wirklich einfach keinen Spaß macht. Aber, das werden wir sehen, wenn das Spiel rauskommt. Also, ich habe auf jeden Fall die Keycard. Habe ich auch die? Nein. Habe ich nicht noch irgendwo hier eine Keycard rumliegen gesehen, zufällig? Liegt nicht irgendwo noch was rum? Nö. Na gut, egal. Jetzt killen wir erst mal den. Ach, Entschuldigung. Das musste aber raus. Da! Geht's noch? Hallo? Gefällt mir das? Ah! Oh, oh, ich dachte, das Boxlarm gerade wieder. Hier ist eine grüne Keycard. Oh, ich dachte, das Boxlarm gerade wieder. Das heißt, wir müssen wieder ein kleines bisschen backtracken. Ich muss jetzt mal hier hinauf. Kann ich jetzt eigentlich hier das Zeug jetzt abschalten, als wo die Keycard drinnen ist? Ah, ja. Ja, das habe ich aber schon durch den... Jetzt ist da schon wieder einer. Durch Abschalten des Stromes deaktiviert. Und das Fließband. sehr schön. Jetzt steht da schon wieder einer. Und das Leben als Silencer ist schon nicht einfach. Oh, Silencer ist ja gerade ein Hitman. Da kommt da bald der nächste Teil raus. Ja, so läuft das am Ende die ganze Zeit ab. So. 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 Weil ich jetzt glaube ich langsam... Ich hasse solche schwer erreichbaren... Kameras. Oh, ich habe sogar ein Ding erwischt. Ein Lasersensor. Wie man hier sieht, da war ein Sensor. Vor mir. Der ist draufgegangen. Oh, Schwein gehabt. Ich glaube da oben ist Ende. Habe ich die Mission geschafft. Oh, oh. Ich habe einen Alarmknopf. Egal. Ich bin ausgerüstet. Auch wenn jetzt viele Mechs kommen. Oder Leute durch die Teleporter. Oh. 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 Ah, das sage ich nicht. Nein. Wenn ich mal reinkommen würde. Was hat das jetzt gemacht? Na geil. Wie ist das denn jetzt passiert? Er ist über. Ah ne, das muss ich jetzt übermachen. So. Ne. Autsch, ich sollte den Alarm schon ausschalten. Bevor ich irgendetwas weiteres probiere. Alarm! Eindringen! Müsste da irgendwo so ein verschissener Alarmknopf sein. Ich gucke jetzt beim Thermatown irgendwo. Da oben war einer, das weiß ich noch. Gebiet wird sicher. Ich soll den vielleicht mal zwischenspeichern? Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Na, die müssen wir jetzt noch machen. Die DOS-Box soll nicht abkacken. Dem würde ich nicht approven. Ach, die werden jetzt einfach nur nicht mehr produziert. Ahhhh. Jetzt verstehe ich das Ganze. Dann habe ich es echt gleich geschafft. Jetzt muss ich nur noch dieses eine doofle Schalter-Rätsel da lösen. Ach so. Ach so. Nein! Geh weg! Ist doch gar kein Alarm! Was soll denn das? Was soll denn das? Ich hasse Spinnen-Mienen. Ich hasse alles in diesem Scheiß-Spiel. Sieht mich das Ding? Was soll denn das denn auch kaputt, bitte? So. Was macht das hier? So schön. Das ganze Ding ist voll kaputt. Das ganze Fabrik. Ach so. Ich verstehe. So. Wunderbar. Hier steht noch einer. Naja. Stimmt jetzt eh. Oh, was ist jetzt los? Gute und schlimme Neuigkeiten, Mann. Die gute Neuigkeit Einschleusungskoordinaten sind bestätigt. Die weniger Gute. Hier sind so viele Sicherheitsleute, wie ich noch nie an einer Stelle gesehen habe, Mann. Ich habe den Verdacht, es ist eine Falle. Tja, es liegt nun an Ihnen. Sehen Sie zu, dass Sie es diesmal schaffen. Kadova aus. Okay. Ich finde das immer lustig. Einschleisungs... Einschleisungs... Ich kann heute nimmer reden. Äh... Einschleusungskoordinaten bestätigt. Ich bin doch schon Lex drinnen, oder? Oder täusche ich mich? Habe ich was verpasst? Ist das so langsam, dass man jetzt erst sagt, dass ich... Äh... An der richtigen Stelle bin? Ihhh... Da war was. Ich kann mich da an leichtes... Leicht Gemach erinnern. So viel Wachen sind es jetzt aber auch nicht. Kadova übertreibt da ein bisschen. Ha, 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 ha... Wir bauten solche Fabriken mit Säurebädern irgendwo. Das ist doch... Arbeitsschutzrechtlich total... ...für die Katz. Und das Scheißteil hier hat... ...Strom. Deswegen... Das ist ja auch noch. Kann mir mal so ein bisschen gescheißen. Das ist voll lustig. ganz gut. So, argh. Ist das nicht hier? Gott... Uh... Ich glaube, die haben sogar Raketen. Ja, ist recht. Ah, so. Das Ding sieht mich nicht. Wo bin ich? Okay. Hab ich ein Schwein? Ah, nicht laufen. Okay. Spinnenbomben. Go. Letzten schaffe ich so. Ah. Okay. Puh. Okay, das muss ich zugeben, weil es krass ist. Ich hasse Kameras. Das war unfair. Vor allem ist das Energietal kaputt. Da vorne sehe ich ein Alarm. Also jetzt geht es aber echt drauf, du. Geh mal dieser Hau. So, speichern wir mal lieber. Holterdipolter. So. Jetzt haben wir es richtig bald geschafft, oder? Ah, ist weg. Das ist schon mal Raketen-Überforderung. Oh nein, das darf sogar Plasma-Werfer sein. Oh nein, du verholt. So. 점